Guten Morgen an dieser Stelle wieder, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFT Devisenradar am Dienstag, dem 23. August, nach Urlaubspause wieder zurück und ich hoffe, Sie haben die vergangenen rund zwei Wochen gut überstanden an den Märkten. Letztlich freue ich mich darauf, Ihnen heute wieder ein Stück weit Input zu vermitteln, wie jetzt dann auch natürlich wieder fortlaufend jeden Tag 9.30 Uhr für Sie. Und jetzt wollen wir hier gleich mal die Aufmerksamkeit auf den Loni richten, das Währungspaar, welches hier in Händlerkreisen so eben bezeichnet wird und hierbei handelt es sich um den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, der hier auch natürlich im Kontext des kanadischen Dollars und des US-Dollars als Rohstoffwährung klassifiziert wird. Und was sehen wir, wenn wir uns diesen, ich sag mal, großen Chart hier auf Wochenbasis anschauen? Die Zuschauer der Sendung wissen, wie hier die Konstellation der letzten Jahre ausschaute. Wir haben hier eine sehr, sehr formidable Umkehrformation, sogar nach klassischer technischen oder nach der klassischen technischen Analyse in Form einer Untertassenformation gesehen. Hier ganz groß über Jahre ausgebildet und die Ziele wurden längst übertroffen. Und wenn wir ein Stück weit uns rauszoomen, sehen wir, dass wir hier die Niveaus des Jahres 2003 im Bereich 1,45 toschiert hatten und das hier eben zuletzt Anfang des Jahres. Die Schwäche des kanadischen Dollars, die sich hier dann entsprechend darstellte, ging auch im Einklang mit einem fallenden Ölpreis einher, der sich dann aber, Sie wissen es, wiederum erholen konnte mit Beginn des Jahres 2016. Das führte auch dazu, dass der kanadische Dollar wieder an Fahrt gewann. Aber letztlich ist es, und wenn wir uns hier den Wochenstart aktuell anschauen, ein Stück weit Tau ziehen während der letzten Wochen. Um nicht genau zu sagen, insbesondere hier seit dem Frühjahr, April, Mai, haben wir hier eine Range. Wir haben hier oben einen Deckel drauf im Bereich um 1,31,80. Auf der Nordseite, der Südseite hier um 1,28. Das Level testeten wir erst in der vergangenen Woche und das auch von dem Hintergrund, dass wir hier eine Aufwärts-Trendlinie in der Vorwoche gebrochen haben und dieses, ich will es mal so sagen, vorsichtig ausgedrückte aufsteigende Dreieck nicht regelkonform nach oben aufgelöst haben, sondern eben nach unten. Und das ist ein Punkt, den wir uns jetzt mal ein Stück weit genauer im Tagesschart anschauen werden. Zuletzt im Radar im Juli gehabt, das Währungspaar, die Annahme, dass wir hier auf jeden Fall nochmal ein Stück weit tiefer gehen könnten, um diese Aufwärts-Trendlinie, die wir jetzt letztlich gebrochen haben, nochmals zu testen. So eine schräge Trendlinie, wie gesagt, hat hier nicht unbedingt den primären Charakter. Insofern muss man hier auch immer wieder aufpassen, wie man diese Trendlinien anlegt. Schauen Sie, wenn ich jetzt diese Trendlinie einfach mal kopiere und ein Stück weit verschiebe, um eben die untersten Auflagepunkte zu erwischen, da wird es alles schon ein Stück weit mystisch. Wo denn nun hier die richtige Trendlinie zu finden ist. Insofern sind das nur Anhaltspunkte, die aber hier durchaus dazu dienen, eine gewisse Trenddynamik oder eben auch ein Trendbruch zur Visualisierung. Genau den haben wir beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, der sich eben hier auf oder in Richtung des Levels 1.28 bewegt hat. Wie kann es nun weitergehen? Das ist die gretliche Frage. Und da ist es neben der schartechnischen Situation, die wir hier ein Stück weit eingetrübt sehen, natürlich so, dass wir auch die Seasonals betrachten. Und wenn wir sagen, wir haben eine eingetrübte Schad-Situation im technischen Schad, im Preisschad selbst und dann hier in Kombination noch die Saisonalität hinzufügen, die hier mit einer Vorausschau von 40 Tagen zeigt, dass wir hier mit Beginn des Septembers, und da stehen wir nun nicht mehr so weit weg von, eine sehr, sehr schwache, ausgeprägte Phase haben. Also hier ist saisonal definitiv eine Kelle möglich beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar gen Süden. Und das bestätigt im Prinzip auch das technische Setup aktuell. Also halten Sie den Unimal im Auge. Ich denke, die aktuelle Erholung aus der letzten Woche hier am Freitag und hier gestern, die Montagseröffnung wird heute schon ein Stück weit wieder korrigiert. Wir sind aber inside der Kerze vom Montag, wenn es hier ein Ausbruch unter das gestrige Tief, jetzt wollen wir mal gucken, wo das genau war. So, das will er nicht, wie ich will. So, da haben wir es. Das Lover bei 1,28,73. Wenn wir da drunter gehen, dann denke ich, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir die 1,28 touchieren und in andermatisten, dass wir hier eine weitere Schwäche sehen, sogar dieses Level unterschreiten. Gehen wir über das gestrige Tageshoch, das lag bei 1,29,65. Dann sehe ich hier durchaus nochmal Reaktionspotenzial bis in den Bereich 1,30, 1,30,64. Hier dann aber erhöhtes Umkehrpotenzial. Warum? Weil, auch das werden Sie wissen, wir haben hier ein früheres Hoch aus dem Wochenschatz, sehr schön ableitbar. Hier aus dem Jahr 2009. Und dieses Level, das ist so ein Stück weit wie ein Magnet, will ich fast sagen. Der Preis kommt so richtig nicht weg davon. Und genau das ist auch das Level, was hier im Maximalfall einer Erholung korrektiv sicherlich als Shortchance angesehen werden könnte. Deswegen mal hier der Alternativplan nicht das favorisierte Szenario, deswegen blauer Strich. Ich denke, er dürfte schon relativ zügiger in den Süden gehen und dann sogar eben auch neue Tiefs am Horizont darstellen lassen. Und das wäre im Prinzip hier mein favoriertes Szenario. Erst oberhalb von 1,31,50, 1,32 speziell denke ich, hat der Luni Potenzial hier wirklich nach oben weiter anzuziehen. Das sehe ich persönlich aber während der kommenden Wochen eben nicht. Auch gerade, weil die Saisonalität hier eben ein Stück weit negativ reinschlägt. Und genau das ist das, was man hier im Paket sozusagen darstellen kann. Also Luni, definitiv mal betrachten, ist interessant in meinen Augen. Wir müssen natürlich sehen, wie das Vorwahlgeplänkel jetzt, sage ich mal, bis November noch weiter geht. Aber der US-Dollar heute in den Handel ohnehin schon sehr, sehr schwach gestartet. Das sehen wir auch beim Euro gegen den US-Dollar, der hier zulegen kann heute. Die Volatilität selbst beim Euro äußerst bescheiden. Hier haben wir weiter mit fallenden Preisbewegungen zu tun. Die Range zieht sich immer mehr und mehr zusammen. US-Dollar, Kanadisch-Dollar mal als Vergleich, bewegt sich hier im Schnitt um die 90 Pips am Tag. Also jeweils hier während der letzten Tage. Insbesondere, wenn ich das mal ausdehne, auch die letzten 20 Tage sind es 86 Pips. Also hier im Schnitt die Kerzen eine Größe von 86 Pips. Und wenn ich da mal, ich sage mal, das Major-Paar schlechthin Euro-US-Dollar nehme, dann reden wir hier über bescheidene 55 Pips. Und das beim meistgehandelsten Währungspaar der Welt. Das ist schon sehr, sehr, ja, beängstigend in Anführungszeichen. Denn eins dürfen Sie erwarten. Ich glaube, die Volatilität, die sich hier so arg zusammenzieht, wird sich, ja, wann ist der Knackpunkt? Aber diese Volatilität wird sich sicherlich nicht ewig so fortsetzen. Ich rechne hier mit starken Bewegungen, die dann hier Einzug halten dürften. Und dann sind wir sicherlich auch wieder im Bereich von 100 Pips und mehr. Ja, gut, aber US-Dollar, Kanadisch-Dollar, das war der Fokus, ist der Fokus. Ganz kurz noch Wochentag, Statistik, heute Dienstag generell ein schwacher Tag. Sie sehen, Mittwoch eher ausgeglichen, Donnerstag wird es dann schon wieder schwach. Und der berühmte Freitag, der berühmte bullische Freitag, Sie können sich vielleicht erinnern, an Werte über 70 Prozent, 75, 76 Prozent hatten wir hier in der Spitze. Also im Sinn eines positiven Tagesabschlusses, das hat sich deutlich relativiert. 62 ist immer noch ein guter Wert, aber Sie sehen, die Stats kippen hier nach unten weg. Also bleibt spannend, wird spannend. Ich wünsche Ihnen erstmal einen guten Auftakt in die noch junge Woche. Also Dienstag ist natürlich noch recht jungfräulich. Insofern bleiben Sie am Ball. Ich würde mich freuen, wenn wir uns alsbald wiedersehen, wiederhören, spätestens morgen, beziehungsweise bei diversen Webinaren. Dazu werde ich Sie in Kürze auf dem Laufenden halten. Ich wünsche erstmal was. Beste Grüße, Ihr Christian Kimmerer und auf bald.